Der dritte Brief von Johannes Grüße Dieser Brief ist von dem ältesten Johannes. Er richtet sich an meinen lieben Freund Gaius, den ich aufrichtig liebe. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Einige der Brüder kehrten vor kurzem zurück und ich habe mich sehr gefreut, als sie mir von deiner Treue erzählten und berichteten, wie du in der Wahrheit lebst. Ich kenne keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es der Wahrheit Gottes entspricht. Sorge um die Arbeiter des Herrn Lieber Freund, du dienst Gott, wenn du dich um die Brüder kümmerst, die bei euch Rast machen, auch wenn sie Fremde für dich sind. Sie haben der Gemeinde hier von deiner liebevollen Freundlichkeit berichtet. Es ist gut von dir, wenn du sie mit allem versorgst, was sie für ihre Reise benötigen, denn ein solches Handeln gefällt Gott. Sie sind für den Herrn unterwegs und nehmen nichts von Leuten an, die Gott nicht kennen. Deshalb sollten wir sie unbedingt unterstützen, damit wir Mitarbeiter im Dienst für die Wahrheit werden. Ich habe einen entsprechenden Brief an die Gemeinde geschickt, aber Diotrephes, der gern die Gemeinde leiten will, erkennt uns nicht an. Wenn ich komme, werde ich darauf zu sprechen kommen, was er tut und auch auf sein schlechtes Gerede über uns. Nicht nur, dass er sich selbst weigert, die reisenden Brüder aufzunehmen, erfordert auch die anderen auf, ihnen nicht beizustehen. Und wenn sie es doch tun, schließt er sie aus der Gemeinde aus. Mein lieber Freund, lass dich von diesem schlechten Beispiel nicht beeinflussen. Halte dich vielmehr an das Gute. Denke daran, dass diejenigen, die Gutes tun, Gottes Kinder sind. Diejenigen aber, die Böses tun, kennen Gott nicht. Doch von Demetrius spricht jeder voller Hochachtung, sogar der Herr selbst, der die Wahrheit ist. Auch wir können ihm nur ein gutes Zeugnis ausstellen und du weißt, dass wir die Wahrheit sagen. Abschließende Bemerkungen Ich habe dir so viel zu sagen, aber ich möchte es nicht in einem Brief tun, denn ich hoffe, dass ich dich bald sehen werde und dann können wir persönlich miteinander reden. Ich wünsche dir den Frieden Gottes. Deine Freunde hier lassen dich grüßen. Bitte grüße jeden unserer Freunde persönlich von mir. Ich wünsche dir den Frieden Gottes.